Musik Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tritino und wir spielen mal Battlefield 1942 World War II Anathology. So, ja, jetzt habe ich hier eine Kampagne zum Laufen gebracht, soweit. Und dann fangen wir einfach mal an. Ja, ich habe meinen Testwahl hüpft, ja, ich bin nicht rausgeflogen, beziehungsweise die Aufnahme hat geendet. Und jetzt laden wir hier ein Spiel. Britische Basis gegen die deutsche Basis. Ähm, wie ihr hören könnt, ist mein Husten. Besonders so eine Stimme, wie ich gerade gemacht habe, ist ein bisschen schlimm. Äh, ist mein Husten jetzt etwas weg. Äh, wir spielen, äh, mal den Sani. Fertig. Achso, wir brauchen noch erstmal einen Spawnpunkt. Wir wollen hier reinkommen. Fertig. So, jetzt müssen wir fünf Sekunden warten. So, und ich habe es, äh, verbockt, mir einen Namen einfallen. Äh, neul, oha. Ich habe verbockt, den Namen einfallen zu lassen und jetzt halt ich Spieler. Wir sehen könnt, Spieler hat ihn jetzt gekillt. Ich werde mal, äh, nach der Aufnahme gucken. Uh. Huh? Na, da wurde ich gekillt. Ich werde mal nach der Aufnahme gucken, wie ich mich umnennen kann. So, wir wollen bleiben beim Sani. Dornpunkt bleibt der gleiche. Ich bin gerade auf Platz drei. Vier. Ah, das dauert jetzt ein bisschen, aber das ist ein bisschen blöd. So. Au. Erstmal verstecken. So. Ja, unschwer zu erkennen, ich spiele auf dem PC. Und für mich als Konsolenspieler ist das ungewohnter als mit der Konsole hier. Wie mache ich das denn? Ist das so eine Trappe? Geht nicht. So. So. Jetzt schleichen wir uns mal von der Seite. An. Macht der denn da? Wirklich noch? Nö. So. Ach, der lebt. Heulewitzker. muss ich den Punkt hin und einnehmen. Nehme ich den Punkt ein. Ich habe keine Ahnung. Und das? Ja, wir haben einen Bunker eingenommen. So. Wo ist er denn da? Wo ist er denn da? Ja, natürlich hier. Top Story. Es wird nichts erzählt. Aber, wir nehmen jetzt Aufklärer und wir spawnen hier. es wird uns nichts erklärt und darf nicht ein bisschen. Bandsaar. So, wenn das. Ach, ein Flugzeug. Na, bleib stehen. Und, nein, nicht mehr getroffen, Schatz. Ui. So. So, der Panzer wird mich nicht killen. Au. Boom. Weckesnackt. So, jetzt laden wir erstmal nach. Oh, ja, was haben wir denn hier schönes? Ach, F5 müssen wir drücken. Au. Oh, yeah. Den haben wir gekillt. Boah, der guckt mich an. Ähm, dann nehmen wir den Panzerabwehrschützen. Okay, wir haben einen falschen. Also, wir können dann nicht mehr spawnen. So. Aber das macht nichts. Laufen wir eben so rum. Boom, boom, boom. Tolle Animation. Bei Battlefield 1942. Ja, wie viele Folgen kommen und wie lange sie werden, weiß ich noch nicht. Aber das wird sich ja alles zeigen. Ich will auch von Verfahren. Kommt noch nicht rein. Das geht noch. Da steht einer. Oh, das war zu flach. So. Kommt wir da hin? Nee. So, dann müssen wir mal hier ein bisschen näher ran. Oder wir gehen mit dem Messer auf ihn los. Gekillt. Aha. So. Ist das einer? Ja. Da stirbt immer. So, ich muss erst mal nachladen. Ja. Na, wie heißt du? James. Leider kann man die nicht auch schneller killen. So, mit der Knarre sind wir gut. Den Punkt nehmen wir uns jetzt. Ich würde mal sagen, wir machen lieber so. Und legen uns hin. Oh, ein Baum. Ganz toll animiert da auch noch einer. Hallo. Ach, das ist jetzt unser. Natürlich kämpfen wir gegen die Deutschen. Was soll, ich muss nachladen. Die KI ist aber ein bisschen dumm. Und ein Kopfschuss macht den auch nichts wirklich aus. Jetzt haben wir den auch noch gekillt. Ich muss jetzt in den Panzer rein. in die Gitarre Oja die Steuerung des Jahrhunderts in der Raum ist auf Dauerte wieder auf und dauern Prozent Hey, das war meiner. Wo müssen wir denn jetzt hin? Drücken mal M for map. Und sehen. Oh, dann sehe ich was. Ha. Oh. Okay, der ist down. So, es ist ein Gegner, ne. Hey, die Paaren mit dem... Hey, können wir mal irgendwie fahren? Und schlecht ist irgendwie wenig. So, wir kriegen hier... Damage... Allerfahrer, die Steuerung muss nochmal... Mehr als hart. Komm, der Kild wirkt. War meiner. Ja, komm. Boom. Ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal hoch. Ah, begrenzte Munition. Sehr schön. Ups. Aber die KI ist ein bisschen zu dumm, die muss ich mal höher stellen. Du machst du da, Junge. Ja, aber der geht auch nicht kaputt. Oh. Das müssen wir jetzt mal... besser machen. Wir machen, wir spielen... Ingenieur... Und wir spawnen hier. So, fertig. Wann diese nach... Also die Reanimation zeigt. Großer Sieg. Yeah. Wir haben gewonnen. Sehr gut. 135 Schüsse. Und nur 67 Treffer, das sind 49% zerstörte Fahrzeuge. 1 und zerstörte Panzer. 1, ja. Das war der Panzer, den wir zerstört haben. Ja, so ist das mit alten Spielen. Man fliegt einfach raus. Ja, wir haben gewonnen. Die KI werde ich auf jeden Fall nochmal schwerer stellen. Also darauf könnt ihr euch verlassen. Gesamtschwierigkeit wird auf 75% oder so sein. Äh, ja. Und das war's von der ersten Folge. Aber natürlich. Schöner 4 zu 3. Äh, 4 zu 3 Spiel. Da gut ist es auch von 2003. Das sieht man hier unten. 1999 bis 2003. Und, ja. Damit erkehle ich mich recht herzlich bezogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tryteam.